Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ratgeber-Video auf unserem Kanal. Heute mit einem etwas ernsteren Thema, nämlich dem Gastfamilienwechsel. Man träumt ja immer von der perfekten Gastfamilie, aber das ist leider nicht immer der Fall. Manchmal passiert leider das Gegenteil, man fühlt sich zum Beispiel gar nicht wohl. Was macht man denn in diesem Fall? In diesem Fall kann es natürlich sein, dass sich ein Gastfamilienwechsel anbietet. Das muss man immer einfach für sich persönlich auch entscheiden und das ist keine einfache Entscheidung. Also meistens geht dieser Entscheidung ein langer Nachdenkprozess einher und man muss sich das ja wirklich genau überdenken, diesen Schritt einzugehen. Aber sollte man sich wirklich dazu entschieden haben, ist es auf jeden Fall ein Ding der Möglichkeiten. Es ist auch nichts Schlimmes, obwohl es, ich glaube so als Austauschschüler vorher, ein bisschen die größte Angst ist, seine Gastfamilienwechsel hinzu müssen. Das stimmt und bei manchen Orgas ist es sogar so, dass du irgendwie eine gewisse Zeit lang warten musst, bevor du überhaupt wechseln darfst. Also irgendwie, dass du zwei Monate abwarten musst, bevor deine Orga sagt, okay, jetzt können wir vielleicht mal schauen, ob du wirklich wechseln musst. Genau und dann helfen die dir natürlich auch. Da gibt es natürlich Ausnahmen, sollte es irgendwie wirklich ganz schlimm sein. Also sollte es wirklich massive Konflikte geben, wirst du in dieser Familie nicht im Stich gelassen werden. Aber es gibt eben unterschiedliche Indikationen für einen Gastfamilienwechsel. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass der Gastfamilienwechsel eigentlich der letzte Schritt in dem Ganzen ist. Also man sollte davor natürlich probieren, irgendwie das Problem anders weiter zu lösen. Es kann ja sein, dass man sich am Anfang unwohl fühlt, weil es halt einfach eine neue Situation ist, aber man sich dann halt irgendwann einlebt oder irgendwie, dass es Unstimmigkeiten gibt und man die dann aussprechen kann. Und Kommunikation ist auf jeden Fall sehr wichtig in diesem Fall. Das sowieso. Aber was für Indikationen gibt es denn, die Gastfamilien wechseln zu können? Also was könnte denn ein Grund dafür sein? Ja, also da gibt es eigentlich ganz viele Gründe, würde ich sagen. Aber viele fühlen sich einfach nicht wohl in der Familie. Und das kann ja auch vorkommen, dass man einfach nicht matcht. Also dass das, die Orga dachte, das passt gut, aber es passt dann halt menschlich einfach nicht. Das kommt ganz oft vor. Oder dass irgendwie irgendwas passiert in der Gastfamilie. Zum Beispiel kam auch schon vor, dass irgendwie jemand gestorben ist. Und dann wollten die dann halt kein Austauschschüler mehr in dieser Situation. Das kann passieren. Was kann da nicht passieren, Julina? Ja, in den Ländern, in denen die Gastfamilien zum Beispiel bezahlt werden, kann es halt auch sein, das ist natürlich nicht die Regel, aber man trifft immer mal wieder auch Familien, die diese Gastfamilien eben nicht aufnehmen, um an diesem Austausch teilzunehmen, sondern einfach nur, um das Geld für sich selbst zu behalten. Das ist natürlich in dem Moment dann blöd, vor allem, wenn man das als Gastfamilie dann selber bemerkt. Das ist dann auch oft ein Grund. Oder wenn einfach generell Dinge passieren im Haus, die nicht passieren sollten. Also wenn du zum Beispiel gewisse Dinge nicht nutzen darfst, wenn für dich nicht hinreichend gesorgt wird, wenn sich die Gastfamilie nicht so um dich kümmert, wie sie es als Legal Guardian in diesem Moment tun sollten, dann weißt du meistens, dass es vielleicht Zeit ist für einen Gastfamilienwechsel. Und was dabei auch oft hilft, ist, wenn du einfach erstmal mit Leuten, also mit anderen Leuten auch darüber sprichst. Wenn du Austauschschülerfreunde hast, kannst du dir ja zum Beispiel fragen, wie es bei denen in der Familie ist. Wenn dir irgendwas komisch war, kommt in deiner Familie, kannst du ja fragen, hey, ist das bei dir genauso? Oder bin ich alleine damit, dass was auch immer passiert? Oder du sprichst mit deinen Eltern, mit Freunden und so weiter darum. Und wenn die dann merken, dass vielleicht Dinge nicht so laufen, wie sie sollten, dann werden sie dir das ja wahrscheinlich auch sagen. Ja, und viele Dinge sind halt einfach Teil eines Auslandsjahres. Und das merkt man dann halt erst, wenn man immer Auslandsjahr ist und denkt sich vielleicht einfach so, hm, ist das wirklich normal. Aber genau, wieder hier Kommunikation ist sehr wichtig. Und wenn man sich dann irgendwie so innerlich dazu entschlossen hat, die Gastfamilie wechseln zu wollen, wie geht man dann davor? Ich würde immer als erstes vielleicht mit Freunden reden, wie du schon meintest. Dann mit meiner Local Coordinatorin, weil die ist ja eigentlich von der Orga für dich zuständig und die sollte dir dann eigentlich in dem Fall helfen. Und vielleicht dann erst mit deinen Eltern zu Hause? Also ich weiß nicht, so hat man mir das halt gesagt, dass man da warten sollte irgendwie, weil die machen sich dann irgendwie unnötig Sorgen. Aber das könnt ihr natürlich dann selbst entscheiden. Aber so würde ich empfehlen. Kommt ja auch so ein bisschen auf die Situation drauf an, also wenn eure Eltern mitbekommen, dass es euch schlecht geht und euch dann zum Beispiel vorschlagen, dass es vielleicht besser wäre, die Gastfamilie zu wechseln, was ja auch sein kann, dann haben sie das natürlich mitbekommen. Aber die Local Coordinatorin oder der Local Coordinator ist auf jeden Fall die Person des Vertrauens in diesem Moment, die ihr ansprechen solltet, falls ihr die Gastfamilie wechseln wolltet. Dann bekommt ihr meistens so ein Formular, das müsst ihr dann ausfüllen. Da müsst ihr auch manchmal so Gründe angeben, weil wenn es schwerwiegendere Gründe sind, kann es ja auch sein, dass eure Gastfamilie dann von dem Amt sozusagen, was die betreut, nochmal überprüft wird, dass gewisse Dinge nochmal nachgeschaut werden. Und dann wird eben nach einer neuen Familie für euch gesucht. Manchmal ergibt sich da was über Freunde oder sowas in der Schule, vielleicht wisst ihr von jemandem. Sogar sehr oft. Ja, genau. Also vielleicht wisst ihr von jemandem, wo ihr dann einziehen könntet, das bietet euch jemand an. Ansonsten wird eben über die Behörde nach weiteren Gastfamilien. Die Behörde, über die Orga. Ja, aber das ist ja nicht die Orga, sondern das ist ja dann... Die Orga sucht nach einer neuen Familie. Aber es ist ja nicht die Orga zu Hause, sondern es ist ja dann im Gastland die... Ja, die Partnerorga. Die Partnerorga. Ja, bei mir war es die Behörde. Also, ja, irgendwer sucht... Also die zuständigen Leute für euch werden dann dort eben nach einer neuen Gastfamilie euch suchen, die hoffentlich besser passt. Wie ihr seht, auch hier variiert das. Genau. Auch wenn es, ja, Land. Genau. Und wenn ihr unsere Storys lernen wollt, die haben wir mal in einer Podcast-Folge ganz ausführlich auch besprochen, wie das bei uns im Detail ablief. Aber vom Prinzip her füllt man immer irgendwie ein Formular aus und dann findet man eine neue Familie und zieht dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Das Schwierigste daran ist aber, finde ich, auch nochmal dann der Gastfamilie, das zu sagen, dass man wechselt. Hast du da vielleicht Tipps? Ja, wie gesagt, wir haben ja schon mehrmals betont, dass Kommunikation sehr wichtig ist. Und wenn ihr halt schon mal das Problem angesprochen habt, dann hat sich das ja schon mal eben irgendwie eingebahnt. Angebahnt. Das hat sich eingebaut. Genau. Und dann, ja, ich würde da einfach direkt sein und nicht irgendwie um den Ball rumreden, sondern einfach sagen, was Sache ist. Das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation und das wünscht man an sich erstmal keinem Austauschschüler. Aber ich glaube, die meisten von euch, die sich das jetzt vielleicht anschauen, haben ja vielleicht auch mal mit dem Gedanken gespielt, die Gastfamilien wechseln zu müssen und haben vielleicht ein paar Erfahrungsberichte angeschaut. Und letztendlich, was die Leute nach einem Gastfamilienwechsel immer sagen, ist eigentlich, dass das die beste Entscheidung in ihrem Ausland war. Aber ich würde es danach besser gehen. Genau, weil man muss sich ja auch überlegen, wenn man irgendwie für zehn Monate oder eine längere Zeit rum auch ein bisschen kürzer im Ausland ist, möchte man die nicht mit einer Familie verbringen, bei der man sich nicht wohlfühlt, sondern dadurch, dass man da so lange wohnt, sollte man sich eben wohlfühlen und das muss einem im Kopf bleiben. Trotzdem gut überlegt. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Wir hoffen, wir konnten dir etwas mit dem Thema weiterhelfen. Wenn du dich noch zu weiteren Auslandsjahrthemen informieren möchtest, dann schau gerne auf unserer Website vorbei, denn dort findest du ganz, ganz viele andere Bereiche. Ja, zum Beispiel Stipendien, die Exchange Community, unseren Orga-Vergleichs, na, falls ihr den noch nicht kennt. Genau, und eigentlich alle Infos zu allen möglichen Themen, die ihr euch vorstellen könnt. Genau, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.